Sie üben fleißig, Kylia Jena will wieder schwanger werden Matratzensport für das perfekte Familienglück. Kylia Jena, 20, schwebt gerade im siebten Mama-Himmel, im Februar brachte der Reality-Star seine erste Tochter Stommy Webster zur Welt Für die Influencerin soll bei einem Kind aber noch lange nicht Schluss sein – angeblich wünscht sich die TV-Bekanntheit schon ganz bald ein Geschwisterchen für ihren Spross Und dafür soll sich die Netsqueen bereits fleißig mit ihrem Schatz Travis Scott, 25, in den Laken wälzen. Aktuell sollten die Unternehmerin und der Rapper endlich wieder Zeit für sich haben und romantische Momente nur zu zweit genießen, so ein Kumpel der beiden gegenüber Radar-Online Bei den heißen Stell-Dich-Eins sollen die Eltern angeblich auf jegliche Verhütung verzichten, wenn man bedenkt, wie furchtbar sie ist, würde es niemanden überraschen, wenn sie bald wieder schwanger ist. Größter Wunsch sei es ohnehin, eine große eigene Familie zu haben, wenn sie also gleich mit einem zweiten Kind nachlegt, würden einige ihrer Ziele auf einmal in Erfüllung gehen. Und hat mit ihrem Wohl den perfekten Familienvater an ihrer Seite. Denn der frischgebackene Dad kümmert sich rührend um sein kleines Mädchen, wie ein Snapcard-Video von ihm und seinem Knirp zeigt. Drauf schmust und kuschelt er ihn nicht mit Stummi zärtliche Küsschen inklusive. Drauf schmust und kuschelt er ihn nicht mit Stummi zärtlich. Drauf und kuschelt er ihn nicht mit Stummi. Drauf und kuschelt er den Begleuten von Größteren auf.